Yo Bros, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder. Ja. Entschuldigung, wir sind zurück. Genau. Und Chris ist immer noch am Schafe suchen und ich gehe jetzt mal in die andere Richtung. Schafe suchen. Ja, wir suchen Schafe, damit wir uns ein zweites Bett machen können und nicht in ein Bett pennen müssen. Genau. Wäre ja politisch nicht korrekt. Es wird schon dunkel. Es wird schon dunkel? Ja. Wie lange waren wir in der Höhle? Weiß ich nicht, aber die Sonne geht gerade unter. Ach du Scheiße. Eigentlich war jetzt der Plan, dass wir Schafe suchen, bis es dunkel wird und dann in die Mine. Aber jetzt ist es schon dunkel. Ja, jetzt muss ich schnell nach Hause. Oh, da ist das erste Skelett. Ich war rechts vorne, die Sonne. Ja. Ich bin auch nochmal eine Runde gerannt. Verdammt. Aber ich bin in Sichtnähe. Ich bin auf alle Fälle gleich daheim. Aber Kühe haben wir echt... Oh, da ist ein Creeper. Oh, hier sind zwei Skelette. Oh, Mist. Wo bist du? Wir müssen uns mal einen Turm bauen, damit wir es von weiter weg sehen können, wo unser Haus ist. Das wäre echt hilfreich. Ich müsste eigentlich da sein. Oh, da kommt eine Spinne auf mich zu. Ich seh dich nicht. Ich bin im Wald. Ich bin im Wald. Du verrückter. Was soll ich machen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, links. Links. Ah. Ah. Pff. Ah. Jetzt habe ich kurz ein bisschen Panik bekommen. Da waren zwei Spinnen. Ich habe Angst zu spielen. Ja, also ich baue mir dann immer gern so einen Turm einfach. Er muss nicht schön sein, aber man muss ihn sehen von weiter weg. Also, was wolltest du jetzt? Zwei Brustpanzer? Ja, jeweils ein Brustpanzer und ein Eisenschwert, würde ich vorschlagen. Nee. Doch. Nee. Ich mach mal, ich mach mal. Ein Eisenspitzer gebrochen auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, wir kriegen genügend hin. Scheiße, jetzt habe ich einen Knopf gemacht. Ja. Ja. Kann auch nicht schaden. So. Dann gucken wir mal, ob das Glas ausreicht für unser Haus. Nicht, dass jetzt doch noch Skelette kommen? Was für ein Texture Pack hast du eigentlich? Hast du schönes Glas oder kein schönes Glas? Was ist schönes Glas? Durchsichtiges Glas. Meins ist so komisch verzogen, so mit Streben drin. Ganz durchsichtig. Bei mir sieht man gar nicht, dass da Glas ist. Nein. Oh, danke. Oh, mit Eisenschwert. Sensationell. Gut. Sehr schön. Eisenspitzhacke. Nee, doch. Eisenspitzhacke. Fleisch haben wir genügend. Runter. Farm. Brauchst du noch mehr, oder? Nee, ich habe genug. Also ich habe unendlich viel eigentlich. 15. Es reicht bis zum Tod. So, das war das einzige Loch, oder? Ja, wir gehen da runter jetzt, würde ich sagen. Ich will noch eins machen. Ich mache noch zwei Spitzhacken. Steinspitzhacken. Wir brauchen ja nicht gleich unser ganzes Eisen verschwenden. Was denn? Eine Hacke? Nee. Eine Axt hätte ich. Ja, meine ja. Hast du noch mal eine? Natürlich. Ich wollte hier eigentlich so ein bisschen machen. So, jetzt. Ja, unser schönes Haus. Ja, damit ich jetzt das hier machen kann. Das ist eine Fenster. Hast du zugebaut, das ist eine Fenster? Ja, ich habe einen Stein reingemacht. Okay, sehr gut. Ja gut, dann können wir losgehen mit meinen, oder? Ja, dann meinen wir. Und ihr wachst mal ein bisschen, ne? Wir brauchen Eier. Wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier. So, dann gehen wir runter. Oh, ich habe... Fackeln? Nee, das ist mir auch gerade eingefallen. Ich auch nicht. Ich habe gar keine Fackeln. Ich bin auch zu dem nicht immer, ne? Fackeln mache ich immer im Workbench. Könnte ja sonst was passieren. Gerade als du es sagst, habe ich die Workbench geöffnet. Muss nicht sein, ne? Aber man macht es trotzdem. Ich habe 16. Ich habe 32, Fackeln. Okay, dann nehme ich auch noch ein paar mit. Und schon wieder in der Workbench. Gut, ich habe auch 32. So, war da in der Höhle eigentlich noch irgendwas zu begutachten? Eigentlich haben wir alles abgefahren, was wir da brauchen könnten, ne? In unserer Höhle? Ja. Oder? Ach nee, da ging es ja noch weiter. Da geht es ja unendlich weit. Glaube ich, da haben wir noch mal schön was zu tun. Vorsichtig um die Ecke gucken. So, Kohle brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mitnehmen. Das Wasser ist eher unangenehm. Okay, wo gehen wir hin? Hier würde ich sagen. Gut, bauen wir die Kohle doch noch ein bisschen ab. Ja, Hauptsache du haust mich nicht. Na ja. Verlockend? Ja, verlockend. Kohle bringt auch Level. Ja, genau. Und, und? Es bringt Kohle. Da hast du recht. Es ist so viel Eisen hier. Echt? Ja. Ja, das ist super. Also, wenn wir hier fertig sind, dann können wir uns gleich eine komplette Rüstung machen. Wie machen wir? Passen wir mal aufeinander auf oder gehen wir einzeln? Also, eigentlich wäre aufpassen besser, aber ich bin jetzt hier gerade am Kohle meinen. Gut, ich bin am Eisen meinen. Ja, okay. Läuft. Christus steht unter einem bösen Stern, glaube ich. Warum? Bisher läuft es doch ganz gut. Wir haben hier, glaube ich, die YOLO-Mode activated. Nach dem ersten Tod ist das, glaube ich, wieder komplett anders dann. Das war das erste Tod. Das wird kein Tod. Achso, Entschuldigung, habe ich. Da unten ist Licht. Lava. YOLO. Bitte nicht sterben. Hier ist nix. Gar nix. Okay. Aber hier sind wir schon mal tief. Hier könnten wir dann weitergraben, aber eigentlich suchen wir ja erstmal Eisen, ne? Ja. Geh mal in die andere Richtung, da ging es auch noch runter. Ja. Ich nehme immer, wenn ich so am Meilen bin, dann nehme ich immer die Fackeln mit, wo ich lang war. Achso, damit du weißt, wo es... Genau, wo es wieder daheim geht, quasi. Aber dann können da Sachen spawnen. Und uns verfolgen. Ne, schau, jetzt machen wir da so. Ah. Jetzt kann da schon nix mehr durchkommen. Ganz tricky. Gut. Dann gehen wir hier runter. Jo. Aber Lava, pass auf. Sehr gute Absprache. So. Ach ja. Bis die Java da runtergeschlossen ist, mache ich hier noch Kohle. Oh, ich dachte, ich dachte, du wurdest getötet. Ich habe nur weh gesehen und dann... Oh. Jackpot, Baby. Jackpot. Was? Viel Eisen. Diamanten! Diamanten! Lass es mich sehen. Diamanten! Oh, du es zerstörst. Ich will... Jetzt schon. Da, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Boah, gleich so viel? Ja. Gut, jetzt dürfen wir nicht mehr sterben. Jetzt ist schlimm. Ja. Jetzt gehen wir gleich auch schon wieder hoch. Nehmen das Eisen dann... Äh, die Diamanten noch mit. Das Eisen mit. Dann können wir uns gleich oben eine vollständige Rüstung bauen. Mit Eisen. Dann sind wir da schon mal safe. Das läuft ja richtig. Hier geht richtig was voran. Ja. Wer hätte gedacht, dass wir so schnell vorankommen? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe das natürlich nie in Frage gestellt. Und da können... Oh. Du willst doch mal echt nicht mehr sterben. Ja, ähm... Hast du die Diamanten schon abgebaut? Ne, hab ich nicht. Kannst du richtig abbauen? Kannst du abbauen. Erlaube ich dir. Ja. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Darunter waren keine mehr? Ne. Meine Frechheit. Ich schaue gerade noch, aber... Ne, das war es, glaube ich. Ja, aber vier schwingt schon mal gut. Jo. Müssen wir uns bloß entscheiden. Aber ich würde fast eine Hacke machen, oder? Oder willst du ein Schwert machen? Also ich würde erst mal ein Spiel, die ja Spitzhacke machen. Ja, ich auch. Dass wir Obsidian abbauen können, später. Und entsprechend auch... Dann halt... Glück drauf? Glück drauf und ein Nether, ne? Dass wir da Level machen können und dann auf 30 verzaubern. Deswegen sind die Kühe ja wichtig, dass wir so fortpflanzen. Ich bin hier irgendwo, glaube ich, noch langgegangen, wo wir noch nicht waren. Oh. Ja, ich bin hier auch irgendwo lang, wo wir noch nicht waren. Aber ich komme jetzt zurück. Das ist mir jetzt zu tricky. Rem? Ja? Was sollen wir machen? Sollen wir noch ein bisschen weiter? Ich würde sagen, wir gehen... Ich würde erst mal hochgehen, oder? Hochgehen und dann komplett Eisenrüstung. Und dann ist keine Gefahr, wenn jetzt noch ein Zombie oder ein Skelett kommt. Wie viel Eisen hast du? 38. Okay. Gut. Ich habe schon einen Stack Kohle. Ja gut, dann würde ich die hier lassen, die Fackeln, dass wir hier dann weitergehen, oder? Ja. Wir kommen hier lang. Ja, supi. Wow. Gut, schon 10 Minuten sind um. Ja, ich würde jetzt noch schnell hochrennen. Okay. Also ich muss sagen, mir taugt es richtig. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Ich habe auf jeden Fall Laune. Warte mal. Nee, das geht so nicht. Was? Mach du. Nicht, das wird da mal runterfallen. Runterfallen ist nicht gut. Ja. Alles absichern. Ich bin der Sicherheitsbeauftragte. Iha. Und? Wie geht es euch so? Sie sind noch nicht so groß geworden. Noch nicht so groß geworden. Warum das denn nicht? Geht es dir nicht gut? Haben sie zu wenig Licht? Haben sie zu wenig... Wasser? Fehlt euch Wasser? Oder einfach die Zeit? Wir sind doch dumm. Die können doch hier... Die können doch hier runterspringen. Das wäre total dämlich. Wo? Ja, das ist... Hauptsache, wir bauen da eine Tür auch an, ne? Schauen wir, was ich hier habe. Yeah, die ja, Spitzhacke. Warum gibst du mir die? Das ist meine Verantwortung. Wenn ich sterbe, dann ist sie weg. Wenn sie sterben, dann sind wir beide weg. Ach so, scheiße. Okay. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert Wendel. Und natürlich Chris. Yeah. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Adios. Ciao, ciao.